jetzt ruf du mal Rester an was Rester? Rester mit L wie Lester ich hab auch Bock auf Bullerei nicht verfügbar geht nicht verfügbar ja weiß ich nicht er hat noch nicht verfügbar ausgegraut und Details nicht verfügbar stand da nur können wir hier Urlaub machen du bist gleich mein Tickerchen woin gehst du? Brotbuchse wegbringen Brotbuchse nicht du die Poin auf ich habe ich habe ich habe ich habe Boufff Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag Guten Tag Nur am Essen Nein Ja, ja Gork Darf ich was mit dir machen? Ui Schön los, abspritzen Ui, spritzen Ui Gorka 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 Planker Darf ich mal zu ihm kommen? Soll ich mir Kekse holen? Kekse Weil ich fangen mal auf Kekse weil ich fangen mal auf Kekse Was kannst du machen? Wenn du willst hmm oh nice oops Weed. Ich helfe dir mal. Keine Angst, passiert nichts. Wie schmeckt es? Ich bin selber verreckt. Tut mir leid, mein Kleiner. Ich will nur kuscheln. Kuscheln! Kuscheln! Und die Bullen direkt dabei. Unsere K.O. K.O. Wir fangen mal, ob er uns kennen kann. Warte? Oh ne, die zieht doch. Er hat doch dich getroffen mit dem Snuggled. Ich stehe doch nicht. Er steht ja wohl eigentlich. Guck! 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 War das für die Stumpfe Explosion, hä? Guck! 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 Dreckschwein. Wo hast du mein Auto gelassen? Wieso nicht? Ja, ja, du bist so gut. Hey, was gehts nicht? Nein, sorry. Ich bin Angst nicht. Nein. Sorry, aber nein. Ich werde mich auf dich behalten. Tschüss. Na, Club? Ja, wegen Party. Den Leuten eingestiegen. Kannst du, glaube ich, keiner. Kannst du mich einladen, den Nachtclub einzutreten? Aber für die Arbeiten? Für dich arbeiten lassen geht nicht. Nein, nicht das. Für meine Mitarbeiter. Da muss ich doch Herausforderungen machen. Falschgelddruckerei. Ach, die meinst du? Ja. Wird das direkt über Nachtclub machen? Oder, äh, über Geld? Du musst die Hunde und Motorradclub. Der Motorradclub kauft sich Unternehmen. Habe ich, ja. Alle? Ja, habe ich. Nicht alle, aber alle jeweils einmal. Ja. Also, nicht jetzt drei Falschgelddruckerei, sondern jedes Ja, habe ich. Also, Pocain, was es normal gibt. Ja, dann musst du die einrichten jeweils. Und dann kannst du die, äh, musst du wieder zum Dings. Über dem Motorradclub? Oder wo? Was? Na, wegen Einrichtung. Ach so, ja. Ja, da musst du, ja, klar, geht nur mal Motorradclub. Warte, ich kille uns. Du musst der MC sein. Warte, ich kille uns, okay? Warum? Na, wir haben doch Sterne, sonst kommen wir nicht rein. Oder doch, wir kommen rein. Du musst deine Mine beitreten. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ups, warte. Guck mal, ob du jetzt bezahlen musst. Ja, steht da oben links. Dann mach. Oh, nee. Du musst an der Kasse gehen und dann über hier drücken. Ja, natürlich, hier. Hallo, war ein 50 Dollar, hallo. Hast du das so eingestellt? Ne, war automatisch. Kannst du hier noch was saufen? Was saufen? Warte, ich sauf noch kurz. Ui, ne hübsche Lady. Kann ich sie mir klären? Hallo? Hier, Eva. Musst du das hier auch bezahlen? Ja, was wollen wir denn? Dann kannst du mal gucken. Guck. Wie viel Papier hast du liegen, ey? Vom Essen. Vom Essen. G1 von die Uhr ins Bett. Komm so früh. Müde. Schon? Ja. Hallo, ich hab fast die Nacht wieder durchgemacht gehabt. Und kostet dir das Geld, das es trinkt. Die trinken. Ja. 31.500. Gorka. Was hast du denn da durchgemacht? Tja. Meine Mama weil sie gewusst hat. Und das höre ich doch, ja. Bleib du unten mal. Ich komm jetzt da wieder. Oder Ratschlup hast du gesagt, ja? Mhm. Was? Ja. Ja. Wird ich ärgern? Ja, merke ich. Darf ich ihre Gurke sehen? Gurke. Guck. Guck. Warum willst du die jetzt sehen? Hm. Dann nicht. Dass ich dran lutschen kann. Lutsch. Ahja. Kannst ja Luis bei Luis morgen machen. Ja, komm her. Guck mal. Guck mal. Ich nehme meine Einladung an. Ich hab keine bekommen. Guck mal. Guten Abend. Guten Morgen. Was heißt, ich wollte nicht rein. Dreck. Schön ruppeln. Ja. Wie meinst du das wegen Schulden offen? Und was für Schulden? Ja, Geldschulden. Bei wem? Ja, er. Bei mir. Ach so, meinst du Alex. Ja. Ich dachte, du meintest jetzt mich. Nee. Hab schreckt bekommen. Oh. Oder was meinst du jetzt? Ich habe gesagt, du hast wegen Geld zu holen. Da habe ich doch geprägt ist von mir. Nee. Fühlt ein Oper so an Kassel. Beziehen dem auf. Für dich. Und dann. War das auch sowas, was wie ich. Äh, Tja, bald. Hast du geholt? Hey, jetzt muss ich ihn wieder überrennen lassen. Ach so, dann mach. Oder kannst du ein bisschen laufen. Nur ein bisschen. Ich werde von hinten gehen. Hey, ja. Gesundheit meint die Köchen. Okay, danke für die Antwort. Was denn? Ich habe gesagt, Gesundheit meint die Köchen. Ah ja. Ja, danke. Äthin. xD und bist du bis zu tunen gut oder kann zu meinen Gott ein ne ich glaube doch mal kurz kannst du dich damit reinfahren bis dann noch zu bauen Dann hol mal zu deinem Anfänger, gute Arbeit. Kann ich nicht. Wieso? Weil ich für einen anderen Spieler arbeite. Okay... Das ist schon mal. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja. Ja. Hint mal. Na, weil ich auch abquälen möchte. Kannst aber auch. Bisschen abquälen. Na, mein Tag. Mir geht in der Arbeit. Das ist gleich. So. Ui. Panzerhung, Bremsen, Motor. Bremsen, Bremsen, Motor. Bremsen, Motor. Bremsen, Motor. Warte, lass mich mal Platz holen. Ich steck, steck mal ab. Ja, steck mal ab. Ja, ich steck mal ab. Ja, ich steck mal ab. Hey, bitte. Kannst du ihn doch mal herfahren oder einschlafen mit mir? Hast du jetzt abgekordet bei dem? Hm? Hast du jetzt abgekordet bei dem? Meinst du bei deinem? Nee, bei deinem. Meinst du bei mein Terabyte? Ja. Ja, alles. Alles so hoch und Geschwindigkeit. Okay, der Scanner. Du hast vielleicht etwas wie das vorhin benutzt. Wie kannst du meistens mit einer auszeichnenden Versionen auf ihren Maverick Helikopters laufen? Meine ist ein bisschen mehr kraftvoller. Sie ermöglicht dich, zu sparen andere Personen von Interesse in der Umgebung. Und um einen detaillten Breakdown ihrer Combat-Info zu sehen, und irgendwelche Dürfen, die wir auf dem. Und das sind noch andere Features, die ich aufladen kann, wenn wir spezifische Jobs zu laufen. Was? Kannst du mein Geld sehen oder was? Ja. Ah ja. Könnt ihr den auch hinteren scannen? Der hat 36000, wenn der dir. Warte, können wir abfahren? Was? Ja. Ich hab das Auto. Ich hab das Auto. Ich hab das Auto. Ich hab das Auto. das ist eine komplette Gang was? das ist eine komplette Gang ja sicher schon viele haben die fast die komplette Liste da bin ich lang gefahren ja natürlich fahr mal über den rüber so kein Bier ja oh ich schieße Tische wieder der hat einen Platten wegen mir der King gesehen und das da einer hat 25 Millionen der Bettelang in der Schiederschläge wird sich nicht gut an auf jeden Fall 12 Millionen auf der anderen die Schiederschläge die Schiederschläge ja ich hab doch echt jemand zieht ja höre ich sogar dass jemand zieht da eine Punkt hier komm los komm los ja wie heißt das Bettelang? ja irgendwie so weit Spatzenhirn Spatzenhirn Spatzen Spatzen Spatzenhirn stellt bei mir ein am besten mein meine Fresse ich hab die Huchunsöhne schon wieder hier ich kann ja nichts dafür dein Kind nein ja genau Bist du drin? wir sind nichts lädt denke mal schon ich denke mich nicht gleich ja es lädt halt ich seh halt nichts denke mal schon ich denke mich nicht gleichlaufen oder stehe ich noch vor der Tür nö bist du auch drinnen? ne ich bin drinnen du kannst fahren ok Kaltel drinnen ok steht mein Fressebrot drinnen? hab nur drei Sterne irgendwie ja das ist eine Bullerei vor der Tür ist ja nicht wie wunders hast du zugehör? schicke 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 Innausrichtung äh Einrichtung wie das lokal aus aber auch zu dir sich reinsetzen glaub ich und doch könntest du zur Tür gehen ganz vorne ja ich weiß hab ich hier gesehen steht er da und jetzt kann ich leider nicht schade ne dann steht ne Fahrzeug steht nicht drin ist leer ne ich fahre ne dein Fahrzeug steht nicht drin ist leer was? ja bitte nicht Mist bei mir bitte ich kann das machen wenn du das vorlesst gut kriegst du das ne kann man sagen wurscht ich kann das nicht angezeigt wenn du das vorlesst dann muss sein doch kann jeden ach geht nicht ich kann nicht mehr geht geht ist doch nicht verfügbar steht da man auch das war ein anderes aber ich kann die Geschütztürmer nutzen soll ich nutzen zum Beispiel das muss ich damit bezahlen er wäre unbeschränkte Munition oder nicht das ist das ist unbeschränkt das ist ein soziales Call so you don't want to get a serious trouble auch so, ja dann kann ich das vielleicht nicht nicht mehr und nicht fehlen wenn es keine Bullen am Hals wir haben ja einen ersten Spieler im Hintergrund das sehe ich leider nicht weil ich sehe nur den Inhalt deiner Terrarbeit hast du irgendwas wie eine Kamera oder sowas wo ich gucken könnte was draußen bloß jetzt wäre wie interessant kann man das nicht über die Geschütztürmer machen? ja du musst schon ne oder hast du ne ich kann nur die Drohne starten das bringt mir ja nix weil die Drohne verliegt ja weg von deinem Terrarbeit ausmesslich bist lahmarschig was die Drohne? jo Zitrone aha Zitrone mutter und eszz zu Trond Zitrone zweiten ja so Was ist das? Was? Was? Was schießt? Ne. Ich bin hier im Schießen. Steh hier im Inraum, einfach im Gang steh ich gerade. Also rumstehen. Werden abgeknallt. Komm mal, was sind bei uns los? Ja, sehe ich ja nicht. Ganz weg abknallen. Ne. Ich habe nur die Drohnen. Und die Drohnen können glaube ich nicht schießen. Du hast da keine Geschütztürme drauf. Mit denen du schießen könntest. Was ist denn passiert? Zerstört oder was? Jemand hat hier Battle angelt, der zieht dort und zerstört. Ja. Habe ich auch Sterne wegen dem. Ach, da ist der Cheater, der gerade weggeflogen ist, ne? Ne, das braucht er nicht. Der andere ist Cheater. Was ist denn das? Ist das nicht auch ein Cheater? Ja, der andere hier, da wo ich gerade... Der mit dem grünen Auto gerade wegfliegt. Ne, das ist das auch nicht. Ist das nicht auch ein Cheater? Nö. Warum fliegt er denn durch die Gegend, wie so ein Gestörter? Wahrscheinlich von denen hier. Hm, oder? Der sieht aus wie ein Schicker. Der soll uns erstmal killen. Halt die Schnauze, der blöde Bulle. Halt die Schnauze. Achtung, genau der. Geh weg. Autsch. Warum hab ich das? Ich hab aber auch ganz schön stark gehittet. Mit Spatzenhirn. Mit Spatzenhirn. Mit Spatzenhirn. Na schön für dich, die blöder Cheater. Pack den Keks. Wie ging das? Können wir nix machen? Hallo? Hab ich vielleicht das so zu uns genommen? Ups. Was? He he. Oh, ich wundere, wenn sie rausgeworfen werden. Achtung. Bringt ihm das jetzt? Nix. Was für Geist? Na, wenn man stirbt, dann steht doch eh als Geist. Ja, und was bringt das? Ja, dass er uns nicht mehr killen kann. Aber sind wir nicht geghostet? Äh, die Dings? Für den schon. Aber nicht schon. Steht dann nicht. Eins gegen eins steht dann nur. Oder Weespawn. Nix eh. Geht bei mir nicht. Ja. Dann muss der O9 vielleicht ja. Ja. Dann muss der O9 vielleicht ja. Dann muss der O9 vielleicht ja. Dann muss der O9 mal melden. Spatzenhirn. Hab ihn. Oh, wie süß. Bin ich auch am Cheaten? Fahr doch mal. Ja, ist ja egal. Aber wahr oder nicht. Geschätet ist gescheatet. Ist egal. Meldengrund ist trotzdem da. Was, was ich von ihm geklaut hab? Muss nur so viel Bullerei bei dir. Ach das ist der Spatzenhirn wieder mit seinem Flugobjekt. Ich hab auch ein Flugzeug. Hast du sein Auto oder was? Ja. Geklaut. Hehehehe. Spatzenhirn. Cheater. Sollass uns das was überlegen bevor uns mit uns ankommen. Tschüss. Hast du besonders in dem Auto? Mit dem Bullockar oder nicht? Hast du besonders in dieser Karre? Na, kann nicht. Wir können nicht sterben im Auto. Warum nicht? Da, das Auto. Ach so. Das gemodelt. Ja. Es. Oh, genau. Es. Wenn sie los wird, wird es wie zu sehen. Was für ein Video? Was ich hoch lache? Wir sind nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß keine Ahnung. Ich bin wieder in der Augen. Hey, weiß ich doch nicht. Kann ich dir doch nicht sagen. Kann ich dir doch nicht sagen. Schön sexy. Wie? Ist doch Frank King für dich. Wat? Na, das ist doch Frank King für dich. Das war das auf die Kampagne. Ja. Das war das auf der Kampagne. Ich auch nicht. Ich habe gesagt, dass ich das in der Kampagne nicht entdeckt habe. Ich werde jetzt nicht mehr im Taxe fahren. Es war dann in der Kampagne. Es war dann ein Kampagne. Ich habe dann der Kampagne. Ich habe dass die Kampagne nicht mehr als die Kampagne auf den Kampagne lesen. und Kulanka ich bin gleich tot Jojo Expanserung aber was essen Munitionsnacks dafür habe ich ja viele gekauft Jojo beim Auto kann man die schneller essen wenn man Dings ist unterwegs ist dann nicht ich höre Wurm und so am Tag hi 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 wir fliegen ja auch durch die Gegend den den zieht na gut was macht der da so bist du das ne und nicht und ein paar nur drei ob das auch gut ist weggefahren ist wer sich auf den Kopf gefallen Der Heli. Ach ja? Ja. Was? Verdammt. Wir haben uns was gekappelt. Oh Gott. Was? Wer ist denn da? Ich? Wem meint der jetzt? Die Frage. Ah. Wenn der mal wegfliegt. Hau, das kommt gut. Kann ich weiterfahren oder was? Nö. Ach komm. Das ist all am Arsch. Wie geht denn? Oh genau. Hier guck. Drückt eine Taste und dann kriegt er weg. Ich glaube, das hat eine Anwendung fähig. Anders Gold. Ja. Aber du fühlst mich da trotzdem nicht. Achtung. Halt und so. 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 Bord. Ich werde nämlich einfach.. Drei mal weg grassen. Cooey, hier ist knutren. dass die Nervensegewehr der andere kommt ja gleich auf nein wow ich bin nicht als Geist nur Wiesbohrn verfügbar und dann steht es nur bei mir aber ich muss es dann wahrscheinlich aufquieren ey fickt euch wie ficken peace ficken peace nicken gute Nacht pfff ui pfff drauf stehst auf nicken kann ich nicht beurteilen habe ich noch nicht gehabt gemacht gehabt aber wir sind so viele Bullen ja ich sehe es wir gehen dann mal nach also nicht in meiner für das Leben er hat natürlich da war es natürlich für uns in der Jahr man nervt er muss man es bauen dann Markiemann 5 als er sich mehr unser Nachtclub nach was an dann hat er verfolgt ich will ja nicht davon verfolgt ja danke ui lutschen mach ich ja mal bei uns rrrr und verfolgt er uns? nö da kann ich auch kurz jetzt nebenbleiben hm hm das Video wird immer noch fleißig hochklacken hm 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 mach ich ja morgen mit Luis ui du wolltest ja nicht dabei sein auch wollen schon ich wir fahren mal lieber zurück ich werde doch mit dir wenn wir zurückfahren verfolgen zu uns ja oh ne regen regen bei dir auf danke ja tut es doch das waren die Morde was alles was ist so darauf so eine Lobby zu haben ich werde meinen Tag genießen ich habe ja zu meinem Sportlehrer gesagt vielleicht treffen wir heute wieder einen Shoot das Auto tja bitte hat er leider recht gut das Auto kocht gleich koch lecker aus wird das Auto kochen lassen kochen das 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 bleibt unter dem Dach bleib unter dem Dach bleib unter dem Dach nie da Auto ist ja unter dem Dach ist ja unter dem Dach rein ach komm ich lasch hier lang guck kann mir schön nicht mehr nass werden nass werden schön nass spritz ich hole mir ein paar Autos ja oder oder weißt du wie das Wetter ist scheiße ja ich kann auch so lange warten bis so früh kein Problem ich hole Autos ok hm waaat ja ne 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 Was ist denn, wenn man ein Dach hat, gell? Ein Dach. Da regnet es nicht rein. Soll ich den auch gleich anzünden mit das Auto? Ein Solit. Darf ich was mit dem machen? Ja. So, kann Luis direkt einladen mit dazu. Schön fummeln untereinander. Ups, das ist wie die Hose anhand, aber bei Luis reingerutscht. Ja, genau. Wie ist denn der denn bei? Luis packt dann... Ui. Was packt Luis? Deine Cocker. Es. Rutscht dann seine Hand bei dir in die Hose. Ups. Kommt die Bullerei. Ja, warum denn wohl? Mein Auto ist nicht für Regen ausgesplottet. Glaubst du mir da? Wat? Ja. Diesmal das gleiche, sonst ist ja was ganz Neues. Ich komm. Soll ich anzünden? Zünden. Das kannst du machen. Mein Auto ist noch fahrbar. Au. Warte mal, was passiert ist. Oder puf, gemacht und nicht pfiu. Ja. Warte, dann lass mal alle einladen, die wir finden. Ja. Bist du bis zu höfst gestorben? Ja, weil ich verbrannt bin. Ja. Hehehehe BIRDS! BIRDS! Sehr gleich Komm schon Boop 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 Gronkh 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 Kompl Vielen Dank. Gork Was macht uns Schönes aus Pornoschauen? Gork 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 Shady? Moment! Ahem! Ach nur, er mischt sich ein, redet nicht schlecht über ihn, keine Ahnung was für ein Problem er hat. Ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich auf dich bezogen. Ich habe nur gesagt, dass er es lassen soll. Ob das ihn glauben soll? Aber er hat sich trotzdem geblockt, ne? Macht auch keinen Sinn. Elisabeth. Eurofunk 2. Mögenfunk 3. Mögenfunk 3. Mögenfunk 3. Nögenfunk 3. Schwein. Na, was nun? Ja, gleich geht's weiter. Na, der Regen hört gerade auf. Was? Der Regen hört gerade auf. Ach komm, leck mich doch mal aus. Ui, leck du. Kann ich hier mal bei Luis machen? Menno, ich will auch lecken. Pff, abgelehnt. Wie abgelehnt. Tja. Jetzt riechen die über Fortnite. Oh, shit. Weil der eine Fortnite-Ding ist, Fortnite-GTA-Fort... Mh... Kreativer Name. Holen Sie mal bitte ein Taxi für mich. Warum soll ich ein Taxi ruhen, würde ich? Los mal. Ich brauche ein Taxi. Das bist du. Ja, bestell dir eins. Du bist mein Taxi. Ah ja. Ich habe auch kein Taxi, Ronny. Normales Auto. Und dann? Mich wohin fahren. Denk dran, es gibt Taschengeld. Gesundheit. Was für ein Taxi-Geld? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Irgendwie, wo sie hinwollen. Ist schon markiert. Das sehen sie nun nicht. Denkst du, Alex sagt die Wahrheit? Nö. Müssen wir überlaufen. Ein Stück. Oh, sie bleiben hier und schau sie ab. Ja, ich bleib nicht hier. Sie läuft auf der Straße. Und jetzt. Okay. Einmal zum Apartment, da wo es markiert ist. Einmal zum Apartment, da wo es markiert ist. Oh! Wow! Cheater! Wie? Weiß was unsere Aufgabe ist? Oh, sieh! Oh, shit! No way! Oh, shit! 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 Oh! Oh! ja ja jaja ist das jetzt Ullo oder was? Ne, können Sie sich auch fragen Haha, hab zuerst gefragt, ganz einfach Guck Ja, es kommt doch von mir aus Handycode Jaja Ja Darf ich was mit ihm machen? Oho Das ist auch zusammengezuckt? Nö Jaja, das sagt klipp was anderes Mhm Das heißt immer noch, wie bitte Oh 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 Guck mal, wo ist die grüne Gang hin? Das War bestimmt 10 Leute oder so weit Oh 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 Blah nicht schief gelaufen weil du koschen koschen Guck. Es. Guck. 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 Guck, bist du gerade drin bei dir? Angemeldet? In welchen Ding? Mir. WhatsApp Account. Über'm PC jetzt oder wo wird's telefonieren? Wo du die Nachrichten lesen könntest. Über'm PC? Also, über Turyon. Also Mark. Na ja, ich habe dich durch das Mark angesperrt mit der anderen Nummer. Ja. Lickenpost! Erhalten! Oh, warte, ich guck's mal an. Mir ist es nicht, auf was das bezogen wird, auf wen, vor allem auf Spieltreiben oder auf dich. Ich glaube eher in erster Linie auf dich und dann auf Dings. Ja, hab's gesehen. Hab's gesehen. Na, hab's gesehen. Hat sich gewöhnt. Ja. Leg mich doch im Haus. Ich glaube, ich gehe früher schlafen. Die Müdigkeit kommt schon langsam. Warte, in der Was kann ich denn machen? Pfff! Du musst das noch aufstehen auf Windeln. Wir können. Bevor wir nichts zu fragen. Ach komm, leg mich doch mal Arsch. Ui, dick! Kannst du morgen bei ihm machen? Wie? Ein Wasserspielchen machen. Mach ich denn auch. Ich bin ganz neugierig. Das ist dein erstes Mal? Was? Na, Fikifiki. Oh man. Ja, was denn? Darf ich nicht fragen? Nö. Fragen kosten was. Ja, sehr witzig. Seit wann das denn? Schon seit letzter Woche. Das ist ja sehr witzig. Darf ich deine Gurke lecken? Kannst du ja mit Fikifiki machen. Ja. Ja. Wie? Ich bin glücklich, dass die morgen in Dressen schweigen. Aber soll ich jetzt nachgucken? Ob du was im Internet siehst? Meine Fresse. Kannst du nicht selber nachklosten? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Auf die Polizei wollte ich auch gehen. Muss ich morgen machen. Nur das würde ich aber jetzt wünscht. Wir haben zu gehabt. Schon bis heute. Die Zeit verheiratet ist offen. Sack. Nö. Ich kann dich schon mal die Briefbogen einstecken. Drei, vier. Ich muss nur da. Drei, vier. Das ist sicher. Ich sollte das mein Ge Shake vão ñ Gingraining. Also kann ich darüber nachictция metresje Das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was? War nur witzig. Wieso? Na, wie deine Mutter reingeplatzt ist. Ja, macht die gerne immer wieder mal. Wie du. 70. Ach komm, fück mich da im Arsch. Ui, fück mich. Was wollte denn dein Mutter? Ja, naja, wir haben einen Brandstreit. Die streichen schon wieder bei uns. Wer, die Züge? Ja. Naja, die Buse. Haha, tut mir aber leid. Vertrifft mich eh nicht mehr, ja gut. Wurscht. Aber es ist Mittwoordnacht. Ja, betrifft dich ja nicht. Haha. Nö, genau. Mein herzliches Beileid. Ähm. Guck mal. M2, wie kriegt du diese Scheißpussleteinchen. Fück dich. Warum guckt sie nicht selber nach im Internet? Ich habe keine Ahnung, weil sie keine Ahnung davon hat. Vielleicht sind die begeistert. Ja, Mensch. Ja, wieso? Bist du euch beschäftigt da? Ich habe keine Ahnung. Wie geht es bei dir? Wie geht es mit dir? Wie geht es mit dir? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I couldn't top my clothes off, baby. I couldn't top my clothes off. 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 ein ein Charakter wollte wohl nicht ein es ist mehr die Spülversperrung seit habe ich nie und haben einen Platten er wird aufgeschossen als nein doch na komm ich warte abgelehnt richtig mhm macht Spass ja ich bin los Munition zu verschwenden ach ich kann es mir leisten guckt es kocht nur koch und dafür habe ich keine Sterne mehr und nur kuscheln koch koch aber ich auch keine mehr weiter naja wo ich für selbst Mord machen muss und nur kuschel 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 mensch kuschel 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das gefällt dir. Das war's für heute. 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 Ficki Ficki machen mit Ja, ja Ja, ja, jetzt liegen wir im Arsch Darf ich? Hey, ich hab zuerst gefragt Tut mir aber leid Sehr witzig Nicht Ja, ja, weiß ich schon, kennt die Antwort Ja, 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 ja 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 Ich glaube, ich lege gleich jetzt schlafen. Und? Ja. Na, da wünsche ich dir eine gute Nacht. Lässt du mich schwimmen, oder was? Ja. So früh? Ja. Wir können ja gar nicht schreiben. Wenn du einschläfst? Ne? Ja. Bye-bye und adi. Tschüss. 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 Trem war schönes, mein Schnucki. Ja, da auch noch ein bisschen bis ins Bett gehe. Bis so mit sieben wahrscheinlich, oder mit acht oder mit zwölf. Ist ja witzig.